Musik Alexei von Javlenski, einer der berühmtesten Expressionisten seiner Zeit, lebte von 1921 bis zu seinem Tod 1941, insgesamt also 20 Jahre, hier in Wiesbaden. Musik Ein besonders eindringliches Werk in unserer Sammlung ist das Bild Nikita. In ihm ist es Javlenski gelungen, einerseits die individuelle Persönlichkeit einzufangen, andererseits aber auch den Kern einer Jugend zu erfassen. Die Angst dem vielen Neuen gegenüber und gleichzeitig die jugendliche Neugier, das Bedürfnis, die Welt zu erobern, zu erkunden. Musik Beides steckt gleichermaßen in den großen Augen Nikitas, die eines der Markenzeichen Javlenskis sind und höchsten Wiedererkennungswert haben. Musik Wir bewahren aber nicht nur die bedeutendste Javlenski-Sammlung weltweit. Ebenfalls Teil unserer Sammlung sind zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus dem Umfeld des Blauen Reiters, etwa Gabrieli Münter und Vasilij Kandinsky, Mariana von Verevkin, Franz und Maria Mark, August Macke und nicht zu vergessen Natalia Gonczerova, die Javlenski 1906 in Paris kennengelernt hat. Alles Persönlichkeiten, zu denen auch Javlenski in engem Austausch stand. Musik Eine umfangreiche Ergänzung unserer Expressionismus-Sammlung stellt zudem den Nachlass der Malerin und Kunsthändlerin Hanna Becker vom Rat dar. 1987 kamen auf diese Weise bedeutende Werke der Künstlervereinigung Brücke ins Museum Wiesbaden. Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Otto Müller oder Karl Schmidt-Rottluf, zu dem Hanna Becker eine besondere, über Jahrzehnte währende Freundschaft pflegte. Über Hanna Becker kamen auf diese Weise darüber hinaus auch Hauptwerke von Max Beckmann oder Ernst Wilhelm Ney in die Sammlung. Ich selbst bin seit zehn Jahren am Museum Wiesbaden für die Abteilung Klassische Moderne verantwortlich und bin quasi qua Amt ganz automatisch zum Kenner und Spezialisten der Kunst von Alexei von Javlenski geworden. Und ich freue mich tatsächlich jeden Tag, wenn ich hier ins Museum komme, mit der Sammlung in ihren Schwerpunkten arbeiten und die Sammlung auch weiterentwickeln zu können. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020